In den nächsten Wochen und Monaten biete ich einen dialogorientierten Wahlkampf an. Ich möchte ganz unterschiedliche Gruppen aus der Gesellschaft treffen. Zum Beispiel Vertreter der Kirche, Krankenhaus, also medizinischen Dienst, landwirtschaftliche Gruppen, die wirtschaften natürlich, das Handwerk. Und natürlich freue ich mich ganz besonders auf Anregungen von Ihnen und von Euch. Ich bin erreichbar jederzeit über Twitter, über Facebook, aber natürlich auch über WhatsApp. Und Sie können mich auch ganz persönlich anrufen oder mir eine SMS schreiben unter meiner Nummer 0172 71 33 887.